Sie wünschen sich gesundes und glänzendes Haar? Dann sind Sie im Haarstudio Exzellent in Augsburg genau richtig. Schließlich weiß der Profi, wie man Ihre Mähne wieder so richtig auf Touren bringt. Ob mit frechen Strähnchen, einer trendigen Koloration, Locken oder gar mit einem komplett neuen Look. Die acht hochqualifizierten Mitarbeiter haben ein Gespür für das, was wirklich zu Ihnen passt. Darüber hinaus kennt man den 2002 gegründeten Betrieb für Echthaarverlängerungen, besondere Schneidetechniken und Permanent Make-up in der ganzen Umgebung. Genießen Sie das tolle Ambiente des Salons und lassen Sie sich zusätzlich durch eine wohltuende Gesichtsbehandlung oder eine entspannende Massage verwöhnen. Damit Sie auch wirklich hundertprozentig zufrieden sind, geht jeder Behandlung eine umfassende Typberatung voraus. Dies schätzen die zahlreichen zufriedenen Kunden genauso wie die hohe Qualität der Produkte.